ja und damit sage ich wieder hallo und willkommen zurück hier bei life is strange 2 und ja wir haben ja beim letzten mal die sachen für die party zusammengepackt und wir müssen jetzt leider kontaktieren und dann geht es vermutlich bald los sofern ich nicht noch so ein paar sachen entdecke die ich vorher noch nicht gesehen habe ich weiß der ein oder andere die ja noch keins meiner storytelling games so folgt wird wahrscheinlich die krise kriegen aber ich muss leider immer alles okay wir gehen jetzt leider anrufen ja wie gesagt alle die schon mal dabei waren die kennen das ich muss mir einfach immer nach möglichkeit alles anschauen und dann können wir erst in aller ruhe weitermachen und obwohl ich immer tausend mal in die ecke schaue verpasse ich trotzdem das ein oder andere also von dem her nicht wundern wir wollen hier ja ganz entspannt rangehen und deswegen dauert hier auch alles immer mal ein bisschen länger so leila wo bist du denn es ist all in my backpack ja dad hooked me up with some cash so reset für die night in case we need anything else or if you and jen need anything else oh la la okay serious talk what are you gonna say to jen tonight well i don't know played cool talk about the gig last week got to know her tastes oh my god you did rehearse your moves for tonight you're totally into her so what i don't have any game these are uncharted territories for me you're super cute just be yourself that's why she's into you sean sean i'm done look i made zombie blood it's um corn syrup and food coloring hey hi lila get out of my room daniel i was just come on man just just bugging the out of me again after i told you to knock yeah i know okay 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 sorry i'll make it up to him he knows i can be a dick i'm just stressed out about tonight oh please we're gonna have so much fun maybe tonight tonight don't jinx me jinx i'm your lucky charm bitch okay so when are you coming over i just have to hit up the momster for the car keys and hope she doesn't make me lie too much about the party i'm already in trouble from last time this time don't get caught let me see that drawing this might be my masterpiece well yeah it's my portrait oh shit jen just posted her outfit for tonight what on her wall you should check it up it might get your attention whoa her hair whoa indeed i told you she was super into you man what's her profile picture got to do with me huh you will see i see you sean should we set the wedding date now hey come on it's just a heart i like your hair okay no big deal sure leave me alone hold on okay something's going on outside what do you mean hey look at my shirt asshole what's the big deal it's halloween hey don't ever touch my brother you hear me brett fuck you diaz he got his fake bloodshed all over my shirt look i told you it was an accident you better leave us alone oh yeah go hide in your dad's garage pussies you think you own the block okay we should do this one with our brother dude step back he didn't mean it it's a fucking kid he's a fucking retard what what did you just say you heard me bitch don't ever touch him again or what you're gonna get your daddy hey asshole i don't need to protect him to protect me from you oh you want to go oh yeah motherfucker then go back to your own country whoa sean you hit him get inside now sean you're dead meat bitch you and your whole fucking family are going to jail losers what's going on me daniel get over here sean okay okay step away now calm down officer shut up and step back on the ground now hey wait this guy was he started beating up my little brother now hands behind your head this is fucking bullshit oh no sean what's happening we didn't do anything sean be quiet i swear i'm sorry dad daddy be quiet i want to go home they're good kids officer i'm sure they didn't do anything don't move we didn't do anything it's gonna be all right on the ground uh 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 Oh, mom. Robert! chorobo? Oh, fuck! No way! No! Daniel! Hey! Come on. Daniel, come on. We've got to go. Now! Untertitelung des ZDF, 2020 Okay Damit haben wir dann dieses Mal vier Folgen gebraucht, bis wir so richtig überhaupt ins Spiel einsteigen. Wir wissen jetzt auch, was das Ganze mit dem Vorspann zu tun hatte. Und ich bin gerade froh, dass ich es geschafft habe, mich so lange nicht spoilern zu lassen. Dann sind wir mal gespannt, was da noch so auf uns wartet. Und ich bin gerade so auf uns wartet. Und ich bin gerade so auf uns wartet. Und ich bin gerade so auf uns wartet. Ich bin gerade so auf uns wartet. Okay? Und ich bin gerade so auf uns wundert. Daniel, komm, wir müssen gehen. Warum ist Dad mit uns, Sean? Doesn't he want to go camping, too? Ja, aber ich habe gesagt, dass er nicht kann. Ich habe gesagt, okay? Okay. Aber ich bin so sick von walking. Ich habe nur gedacht, dass ich wieder in meinem Raum bin. Ich weiß, ich weiß. Hey, at least we don't have to go to school on Monday, right? Ja. Look, um, everybody's going to be so stoked when they find out how far you walked. Really? Really? I bet Dad would be, too. Do you think we walked, like, maybe a hundred miles? Probably two hundred. Feels like it. Oh, awesome possum. But next time, Dad better give me a good pair of shoes. Like yours. Dude, that Bigfoot doesn't need good shoes. I'd rather be a wolf. Ow! We could be wolves. Yeah. Yeah, that works. Just work on that how. Hey, you know what? Let's see if you can walk the whole way without complaining once. Huh? Uh, like, you don't whine, too? I don't whine. I, 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 tag your ass and run. You're right. No way. Not fair. Whatever. Okay. I'm a zombie. And I'm gonna eat you. Blöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö...ööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Kaum, dass wir vier Folgen mehr oder weniger komplett hinter uns gebracht haben, geht es auch schon los, aber ich habe es ja schon mal gesagt, diejenigen, die schon länger dabei sind, kennen das. Bei mir dauert halt alles ein bisschen länger, wir müssen uns auch alles anschauen, alles begrabbeln und da kann sich das dann schon mal ein bisschen ziehen. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.